Auf diesem Foto hätten wir Angelina Heger kaum erkannt. Zugegeben, sportlich war sie schon immer. Die Kurven der Ex-Bachelor-Kandidatin sind wirklich beneidenswert, beziehungsweise waren es. Denn genau diese sind plötzlich verschwunden. Auf Instagram postet die 26-Jährige dieses Bild von sich, was sofort ins Auge fällt, ihre Taille und der Bauch sind auffällig dünn geworden. Sonst kennen wir das TV-Sternchen eigentlich so, schlank und mit Rundungen an der richtigen Stelle. Diese scheinen jedoch der Vergangenheit anzugehören. Ihre Fans sind ebenfalls alles andere als begeistert vom mager Look der schönen Blondine. Wo sind deine Kurven geblieben? Jetzt bist du nur noch Haut und Knochen. Viel zu dünn bist du geworden. Und Photoshop oder wiegst du nur noch 40 Kilogramm? Lauten die Kommentare unter der Aufnahme. Ihre Anhänger sind sich einig, Angelina ist viel zu dünn. Die meisten wollen den Reality-Star wieder mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften sehen. Du musst etwas zunehmen, da warst du so bildhübsch. Mit etwas mehr finde ich dich schöner. Auch wir finden ein paar Kurven stehen der gebürtigen Berlinerin am besten.